Und heute möchte ich euch mal eine unserer wichtigsten Mitarbeiter vorstellen hier in Mountag und zwar das ist die Lannan. Sie ist hier die Deputy Managerin für den Sample Room und eigentlich für viele weitere Dinge zuständig und einfach eine sehr gute Seele wie Lannan. So, sie würden sich gerne mal bei euch vorstellen. Hallo Lannan! Vielen Dank! Danke! Vielen Dank! Alles Gute! Ein Wahnsinn! Das ist super geil. Wow! 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 Das ist so gut. Vietnam vs? Serbifinal mit Katar. Katar? Ja. Cool. Freunde, wir sind am Anfang hier. So feiern jetzt an, wenn sie den Fußball begonnen haben. So feiern jetzt am lasers, schlussendおお seei noch mit Mähen. Sen Frank Wesunли, Die erst